Hallo Leute, ja, ihr seht ja schon an der Überschrift, es geht um MapleStory. Vorher möchte ich aber nochmal ganz kurz was ansprechen und zwar ist ja heute der 29. Es sollte der 29., muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, es ist der 29. November und morgen wird ein neues Let's Play anfangen und da sind wir auch schon beim Punkt MapleStory. Ja, mir wurde erzählt, es wird lange dauern, bis mal wieder was zum Thema Story gesagt wird. Und also so ungefähr bei Level 50 und nee, also muss das ganz ehrlich nicht sein. Also ich werde das Projekt jetzt beenden, ich hake es als beendet ab und ja, eventuell werde ich das nochmal für mich ein bisschen spielen, aber ich schätze eigentlich eh nicht. Also ich denke mit MapleStory ist jetzt erstmal vorbei und dafür fange ich dann ein neues Let's Play. Welches das ist, das werde ich euch natürlich noch nicht verraten. Das wird, schätze ich mal, ganz schnell gehen. Es ist kein lang oder, ja, es dauert schon ein bisschen länger, aber ich schätze, es wird nicht so lange hinausgezögert wie andere Let's Plays von mir. Ich denke, das wird ganz schnell kommen. Und dann fängt halt Ende Dezember Hot Pursuit an, das ist dann nochmal ein neues Let's Play. Ich werde also versuchen, immer drei Projekte am Laufen zu halten und so weiter. Also MapleStory ist abgehakt und das wollte ich eigentlich nur, sorry, kurz sagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.